Hallo ihr Lieben, hier ist mein Küchen-Setup. Ich koche mir gerade Mittag frische Kräuter aus dem Garten, hauptsächlich Brennnesseln und andere tolle Sachen. Ja, das wird oben drauf gepackt. Unten drin sind schon gekeimte Bohnen, Buchweizen und andere Sachen. Da seht ihr hinten schon wieder das, was für morgen dann drankommt. Das kommt dann morgen dran. Wird jetzt ungefähr einen Tag gekeimt. Ja, und diese Kräuter und so, die werden dann jetzt noch ein bisschen platt gedrückt. Da kommt noch ein Deckel drauf und dann ist es ein super Eintopf. Die Kräuter sind super gesund und kosten nichts. Also, coole Sache.